Die Stühle, wie gesagt, 52 Bilder an der Saal, alle in erster Reihe. Man kann aussuchen zwischen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergangsseite. Glockenlück, mal eine D-Roll. Hier wieder ein Swimmingpool-Vereignung, hier sieht er gleich auf. Gucken wir genauer. Kann ich Ihnen reichstuhren? Kannst du reichstuhren? Wie jeder Pool, auch, ist mit Süßwasser gefüllt. Es gibt ja Menschen, die gehen mit Salzwasser, weil sich die Haare verbärmend sind. Auch die Asiaten, die sich hier wohl gerne her spielen gehen. Oder wenn man abends, nachts noch so Champagner sich genehmigen will und Angst hat, im Meer zu schwimmen. Und wie gesagt, jeder Villa hat einen Swaddler.